Yo YouTube, was geht ab? Ich habe einen Weltrekord auf der neuen Map Wondel aufgestellt. Und zwar habe ich 45 Kills im Solo-Rebirth-Modus gemacht. Die Runde habe ich mit dem besten Loadout, was man momentan spielen kann, gemacht. Also mit der Lachmann 556 und der ISO 45. Wer die zwei Waffen noch immer nicht spielt, der will auch einfach keine Kills machen. Die Loadouts seht ihr jetzt onscreen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like und Kommentar für einen Algorithmus da. Dass heute wieder versuchen, die 350 Likes zu knacken, würde mich sehr freuen. Lasst außerdem gerne noch ein kostenloses Abo da und schaut gerne auf Twitch vorbei. Dort bin ich täglich ab 13 Uhr live. Let's go! Let's go! Die ist geil. Also MP7 irgendwie... Ich muss sagen, die überrascht mich jedes Mal, wenn ich die in der Hand habe hier. MP7 ist halt schon geil. Ha 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 ha! Ja, sicher! Ja, schu! Da steht da eine 5er AK, äh, eine 5er RPK. Ich weiß, aber die ist S. Oh, ich weiß, dass man die relativ gut auf Hipfire bauen kann, die ISO, oder? Habe ich jetzt actually schon mehrmals gesehen. Müsste ich auch mal tryen, ja. Ah, bevor ich mir von Floyd ein Bild nehme. Wie ich lieber ohne aufsetze. Ja. Okay. Okay. Ja. Ich werde mir vonntätig. Ich werde mir vonntätig. Ja. 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 wieder leute auf kam ich nicht gut finde ich gut alle meine arme bitte alle in den schlund ammiserating Was ist jetzt los? Was machst du, dass das Game so bunt ist? Außer wir zeigen Settings, da hast du alle meine Settings, ganz wichtig. Da habe ich ein ganzes Settings-Video auf YouTube. Okay. Okay. Oh nein, ich bin hier. Hostel dropping into the area. Well done. UAB is bingo fuel. Hostel UAB in the area. Yeah, 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 buddy. Yeah, good kills. Ja, noch immer gute Kills. Oh, bitte. Oh mein Gott, habe ich jailbreaks sogar? Das könnte eine krasse Runde werden, Chad. Das könnte eine krasse Runde werden. Oh mein Gott, dass ich da beide bekomme am Sponen los. Wie unverdient. Okay. Okay. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020